Moin! Ich mache heute ein Fancall-Video und zwar rufe ich heute einen Teil von meiner Fans an. Und jetzt fangen wir mal an. So, jetzt rufen wir die Samantha an. Hau sie die jetzt ran. Hi Samantha! Hallo! Ich bin's, Leli! Hallo! Freust du dich über meinen Anruf? Ja! Ähm, hast du ein paar Video-Verschläge für mich? Ähm, ich würde mich über mehr Videos am Stall freuen. Okay, ähm, wie geht's dir so? Gut! Ähm, wie alt bist du? Dreizehn! Oh, äh, hast du ein eigenes Pony? Ja! Okay, wie heißt es? Carino! Oh, voll süßer Name! Ähm, möchtest du irgendwie mal grüßen? Ähm, ja, ich würde gerne meine Freundin Vanessa und meine Freundin Nicole grüßen. Okay, ähm, möchtest du mal Turniere reiten oder willst du schon mal welche grüßen? Ähm, ja, würde ich gerne, bin ich aber noch nicht. Okay, ähm, ich hoffe dir, dass mein Anruf dir gefallen hat. Ja, hat mich sehr gefreut. Okay, ähm, bist du heute schon geritten? Ja. Okay, wie lief dein Pony so? Sehr, also sehr lief. Ich fand das sehr schön heute. Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Danke, dir auch. Tschüss! Tschüss! Oha, die war auch mega, mega süß. Jetzt rufen wir die Lavinia an. Hi, Lavinia! Hallo! Ich bin Negi von Legis Pferdewelt. Hi! Ähm, wie geht's dir? Gut, und dir? Auch gut. Ähm, wie alt bist du? Ähm, ich bin gerade 13 geworden. Ah, herzlich, also alles Gute zu deinem Geburtstag. Äh, ja, ich hatte vor ein paar Tagen Geburtstag. Ach so, dann für die nächsten Tage dann. Ähm, hast du ein paar Video-Vorschläge für mich? Ähm, ja, so spontan wird mir eigentlich kein Video-Vorschlag einfallen. Okay, ähm, möchtest du mal ein Turnier reiten oder bist du schon einst geritten? Ähm, ich bin schon einst geritten. Okay, ähm, wie heißt dein Pony? Ähm, meine Reitbeteiligung heißt Konrad und ich reite sie jetzt seit zweieinhalb Jahren. Ach so, ach so, und was bist du auf dem Turnier geritten? Ähm, die Edelstur. Oh gut. Ähm, möchtest du jemanden grüßen, ne? Wie bitte? Möchtest du jemanden grüßen, ne? Ja. Okay. Ähm, ja, obwohl ich bin nicht sicher, ob sie das möchte. Okay, ähm, dann weißt du ja nicht, ob sie es möchte, aber ich hoffe, du hast dich über meinen Anruf gefreut. Ja, hab ich sehr begeistert. Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Frau Halima war auch mega, mega süß und auch voll aufgeregt. Jetzt gucken wir die Hannah an. Wie geht's dir? Ja, gerne. Ähm, wie alt bist du? Ja, ich kam gerade, äh, auch vom Reiten. Ach so, ähm, hast du ein eigenes Pony oder Reitbeteiligung? Also ich hab eine Reitbeteiligung und meine Eltern haben eigene Pferde. Cool. Ähm, wie heißt deine Reitbeteiligung? Haribo. Oh, wie süß. Ähm, freust du dich über meinen Anruf? Ja. Möchtest du mal mit deiner Reitbeteiligung Turniere reiten? Ja, hab ich auch schon. Oh, cool. Ähm, in was und wie vielter wurdest du da? Ähm, ich hab mit dem schon Reiterwettbewerb geritten und da wurde ich Vierter und Erster. Oh, cool. Glückwunsch. Ähm, wie alt bist du? Ich bin fast elf. Oh, cool. Ich werd auch bald elf. Ähm, hast du ein Video vom Schläge für mich? Ähm, ein Tauschpaket vielleicht. Okay, ich bin grad eins am Plan und möchtest du irgendjemanden grüßen? Ja, ich möchte meine Freundin Zerlin grüßen. Okay, dann hoffe ich, dass dir mein Buch gefallen hat. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke, dir auch. Tschüss. Tschüss. Oh, Heidi war auch voll nett und glaub ich auch voll arg aufgeregt. Jetzt ruf ich die Jasmin an. Hm? Hi Jasmin, ich bin's Lenin. Hi. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht es dir? Gut. Wie geht's dir? Auch gut? Ich freu mich grad frei, dass du mich angenehm hast. Gut. Ähm, wie alt bist du? Jasmin? Ja? Wie alt bist du? Echt Jahre. Ich bin noch zehn. Okay. Hast du noch ein eigenes Pony? Nee, leider nicht. Oh. Kannst du ein bisschen lauter reden? Nee, leider nicht. Okay. Möchtest du irgendjemanden grüßen? Ähm, nee, eigentlich nicht. Okay. Ähm, hast du paar Video-Vorschläge für mich? Ähm, Tausch-Paket. Okay. Ja. Und ich wollte mich bedanken für deine Fanpage auf Instagram. Weil sie ist echt voll cool. Bitte. Und, ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke, dir auch. Tschüss. Tschüss. Und die Jasmin, die war auch voll, voll süß und auch arg aufgeregt. Das hab ich voll gemerkt. Und es hat mich so gefreut, sie anzurufen. So, jetzt ruf ich erst mal die Laura an. Ich hoffe, dass sie auch reingeht, aber ich denke schon. Hallo. Hallo. Weißt du, wer ich bin? Ja. Wer? Ich. Ja, hast du eine Frage an mich? Ähm, warte mal. Du bist aber voll süß. Du auch. Danke. Ähm, wo du? Wo ich wohne, ähm, in der Nähe von Stuttgart-Heilbronn. Okay. Ähm, willst du irgendjemand grüßen? Ähm, ich will, ähm, einmal grüßen und niemand grüßen. Okay, ähm, du bist jetzt, wenn es für dich okay ist, in meinem nächsten Video. Okay. Ähm, und wie geht's dir eigentlich? Gut, ich bin auch gerade vorbereitet, wie du hier kommst. Ach so, cool. Und wo wohnst du eigentlich? In Bayern. Ach so, okay. Dann, ich hoffe dir, dass mein Anruf dir jetzt gefallen hat. Ja. Okay, tschüss. Tschüss. Jetzt rufen wir Angelina an. Hallo? Hallo? Hi Angelina. Hi. Weißt du, wer ich bin? Ja, es ist Leni. Ja, ähm, hast du eine Frage an mich? Ähm, ich überlege gerade. Ähm, könntest du dir vorstellen, irgendwann noch ein Pferd zu haben? Ja. Also noch ein zusätzlich oder mit Sissi zu züchten? Ähm, ja, wenn Sissi mal älter ist. Okay. Ähm, wie geht's dir? Was? Wie geht's dir? Gut, und dir? Gut. Ähm, freust du dich über meinen Anruf? Ja, klar. Ich war irgendwie, ich hab gar nicht damit gerechnet, obwohl ich ja wusste, also ich hab ja dein Video gesehen. Ja. Aber ich weiß irgendwie, ich hab gar nicht mehr dran gedacht, weil ich hab halt gerade Priska longiert und so. Und ich will jetzt gerade noch trocken und, ja. Oha, aber du bist auch voll süß und dein Pony auch. Und was hast du heute gemacht? Ähm, ich war am Stall, bin geritten und war halt in der Schule und, ja. War Sissi lieb oder Sissi? Ja, Sissi war lieb. Ja, cool. Okay, willst du jemanden... Obwohl, eine Frage hab ich noch. Ja. Willst du mit ihr auch springen? Äh, nee. Eigentlich also nur Dressur? Ja, nur Dressur. Okay. Sehr gut, deine Schwester springt ja auch eher, ne? Ja. Und willst du noch jemanden grüßen, ne? Ähm, ich grüße Fazit, Lia und Alfie. Okay. Nein, weil ich mag sie halt auch voll gerne. Okay. Und, ähm, ich grüße meine Freundin Emmi, die gerade an der Bande steht und mir zuguckt. Okay. Ja. Okay, dann bist du jetzt in meinem neuen Video drin. Da würde ich mich voll drüber freuen. Okay. Dann tschüss. Ciao. Ciao. Oha, die war aber voll süß. Jetzt probieren wir nochmal, die Julia anzurufen. Und jetzt hoffe ich, dass sie rangeht oder mich auflegt. Hallo? Hi, Julia. Hallo. Weißt du, wer ich bin? Leni. Ja. Hallo. Hallo. Freust du dich über meinen Anruf? Ja. Ähm, wie geht's dir? Gut und dir? Auch gut. Ähm, hast du ein paar Fragen an mich? Ähm, spontan nicht. Ich bin noch im Stall, deswegen. Ach so, ähm, möchtest du irgendjemanden grüßen? Ja, ich grüße meine Cousine, die Lina. Okay, ähm, bist du heute schon geritten oder reitest du jetzt erst? Nee, wir waren heute ausreiten. Ach so, cool. Ja. Und hast du irgendeinen Video-Vorschlag an mich oder so? Ähm, ich weiß nicht, ob du das jetzt gemacht hast, aber ich glaube, hast du schon eine Eskatron-Sammlung gemacht? Nee. Aber halt nur, äh, so Schabracken-Videos, aber da sind halt auch andere Schabracken dabei, aber ich hab noch kein Eskatron-Sammlungs-Video gemacht. Ach so. Ähm, wie geht, also, äh, wie alt bist du? 14 und du? Äh, 10. Okay, dann richte, du bist ja noch im Stall, dann richte deinen Ponys noch einen lieben Cous von mir aus. Danke. Und dann auch viel Spaß im Stall. Tschüss. Tschüss. Oha, die war auch voll an. Tschüss. Hallo. Hi, Atelia, ich bin's Leni. Hi. Was machst du gerade? Äh, gar nicht, ich wippe gerade nur so. Ähm, freust du dich über meinen Anruf? Ähm. Ja, ich bin gerade irgendwie voll auf. Wie bitte? Ja. Ich bin gerade irgendwie voll aufgeregt. Aber das ist voll süß. Danke. Was hast du heute alles so gemacht? Äh, eigentlich gar nicht, ich war halt nur in der Schule. Ja. Ähm, ist Irin neben dir? Ja, ich kannte dir mal G-Matte. Hallo. Hi, Irin. Hi. Was hast du heute alles gemacht so? Äh, ich war in der Schule und da sind wir halt shoppen gegangen. Okay. Wie bitte? Ich hab okay gesagt. Ach so, okay. Ähm, habt ihr beide, falls ihr beide das jetzt hört, habt ihr Video-Vorschläge für mich? Äh, äh, Video-Vorschläge? Äh, vielleicht noch ein FMA oder so oder ein Tausch-Tag mit irgendjemandem? Ja, ein Tausch-Tag mit irgendjemandem machen und noch ein FMA und willst du irgendjemanden grüßen oder ihr? Äh, ja, die Adelina, die willst auch jemanden grüßen. Okay. Ähm, ja, die... Ähm, ja, die... Wen willst du grüßen? Wie bitte? Wen willst du grüßen? Ich hab's gar nicht verstanden. Also, wen willst du jetzt grüßen? Ach so, ähm, ich möchte ja die Adelina grüßen und die Ehren, die Mia. Okay. Ähm, dann, ich hoffe, du hast dich gefreut über meinen Anruf. Ja. Okay, dann tschüss. Ja, tschüss, danke. Bitte. Tschüss. Uha und die beiden, die waren voll nett. Und Adelina, äh, also da war ja gerade noch eine Irim dabei. Das ist Adelias Schwester. Und ihr wart beide mega, mega süß. Und ich wollte mich noch bedanken für Adelias Fanpage auf Instagram. Die heißt Ladies Pferdewelt FP. Da könnt ihr mal vorbeigucken. Und jetzt rufen wir noch die nächste an. So, jetzt rufen wir die Adelina an. Hi. Hi Adelina. Hallo. Ich bin's Leni. Hi. Oh mein Gott. Freust du dich über meinen Anruf? Ja, voll. Ich zitter gerade voll. Irgendwie voll kräftig. Ähm, hast du Fragen an mich? Äh. Ich bin gerade voll verforscht eigentlich. Ähm. Oh mein Gott. Gerade eigentlich nicht so. Okay, ähm. Aber was? Was machst du? Okay, red du erst. Wie bitte? Red du erst. Ähm. Was machst du noch für Videos? Also so. Ähm. Keine Ahnung. Also hast du irgendwie so einen Video-Vorschlag für mich? Du fragst dich Sachen? Also das ist... Oh mein Gott, nee, nee. Mir fällt gerade echt nichts ein, sorry. Aber ich kann dir ja auch nochmal schreiben. Okay, ähm. Ich mach dann mal, ähm, ein Turnier-FMA. Und so. Und magst du mal ein Turnier irgendwann reiten? Ich weiß es noch nicht, ähm, aber ich denke schon. Okay, wie geht es dir so? Hat auch nicht Nicole gesagt. Okay. Ähm, wie geht es dir so? Gut, und dir? Ich freu mich gerade auf jeden Fall. Auch gut. Gut. Ähm, bist du heute schon geritten? Ähm, nee, heute nicht, aber am Donnerstag wieder. Okay, ich hoffe, du hast dich gefreut über meinen Anruf. Und du bist jetzt in meinem nächsten Video drin. Okay, cool. Und möchtest du noch irgendjemanden grüßen? Ähm, die Elena. Okay, dann tschüss. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Oha, die war voll nett und so und auch voll süß und aufgeregt. Und jetzt rufen wir auch noch die nächste an. So, jetzt rufen wir ja mal die Evelyn an. Hallo. Hi Evelyn. Hi. Hi. Ich bin's Lenny. Hi. Freust du dich über meinen Anruf? Ja. Ähm, wie geht's dir so? Ganz gut. Okay, ähm, hast du ein paar Video-Vorschläge für mich? Ähm, ja. Okay, dann sag mal. Also, du könntest vielleicht so, ähm, irgendwelche Tipps oder Tricks für so Reitanfänger machen oder so. Ja, kann ich ja mal machen. Ja. Und wie alt bist du? Ähm, ich bin zehn. Genauso wie ich. Ähm, reitest du auch? Ähm, noch nicht, aber ich reite weit und ich hab schon Reiterfahrungen. Ah, okay. Ähm, willst du irgendjemanden grüßen? Ähm, nee. Okay. Okay, ich hoffe, dass dir mein Anruf gefallen hat. Ja. Okay, tschüss. Tschüss. Oha, die war auch voll süß und nett. So, jetzt rufe ich die Alena an. Ich hoffe, dass sie jetzt reingeht. Hi Lena, ich bin's, Leni von Leni's Pferdewelt. Hallo. Wie geht's dir? Gut und dir? Auch gut? Freut mich. Kannst du ein bisschen lauter reden, weil sonst hört man dich nicht. Freut mich, dass es dir gut geht. Ähm, wie alt bist du? Zwölf und du? Zehn. Ähm, hast du ein paar Video-Vorschläge für mich? Keine Ahnung, vielleicht mal irgendwie deine Ausrüstung. Okay. Ähm, freust du mich über mein Anruf? Ja. Ähm, bist du heute schon geritten, ne? Ne, aber morgen wieder. Achso, ähm, hast du eine Reitbeteiligung oder ein Pferd oder nur so ein Pflegepferd? Mehr oder weniger Reitbeteiligung. Achso, möchtest du dann mit deiner Reitbeteiligung mal ein Turnier reiten? Ja. Okay, möchtest du irgendjemanden grüßen? Ja. Okay. Wem möchtest du grüßen? Ich weiß nicht, ob du das Video schaut, aber die heißt Samantha. Okay. Ähm, die habe ich auch schon angerufen. Ähm, und ich hoffe, dass dir jetzt mein Anruf gefallen hat. Ja. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Die war mega, mega nett und auch mega, mega süß. So, jetzt rufe ich Antonia an. Und ich hoffe, dass sie reingeht. Und ich hoffe, dass sie reingeht. Hallo, hier ist die Mobilbox. Leider, leider geht Antonia nicht ran. Das ist sehr, sehr schade. Aber Antonia, falls du dieses Video siehst, wollte ich mich bedanken für deine netten Kommentare, weil du kommentierst immer ganz lange Texte. Und dafür wollte ich mich bedanken. Und das ist einfach mega, wie du da dir Zeit nimmst und Daumen hoch gibst und so. Und dafür wollte ich mich bedanken. Ich habe mich mega, mega gefreut über alle Fans, wo ich angerufen habe, weil alle so nett waren. Und dafür wollte ich mich bedanken. Und alle waren auch so süß und aufgeregt. Und ja. So, ich hoffe, dass euch jetzt mein Video gefallen hat. Ich konnte aber nicht alle anrufen, aber davon ein paar. Und wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben oder über einen netten Kommentar und über ein Abo freuen. Bye! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.